Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie man einen Pavillon aufbauen und somit auch ein Garten-Pavillon bzw. ein kleines Partyzelt richtig befestigen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich möchte mal meinen 3x3 Meter großen Pavillon aufbauen und anschließend natürlich auch dementsprechend befestigen, dass das Ganze nicht sofort beim kleinsten Wind wegfliegen kann. Und zuerst einmal sollten wir unsere Bauteile natürlich richtig auf den Boden legen. Hierfür am besten mal in die beigelegte Bedienungsanleitung schauen, denn da sollten auch die einzelnen Rohre bzw. entsprechenden Positionen von diesen aufgezeichnet sein. Wenn wir das haben, können wir die einzelnen Rohre auch schon mal zusammenstecken und ich beginne hierfür am liebsten einmal mit meinem Rahmen außenrum. Die erste Verbindungsart hat hier eine kleine Feder, welche sich auch nach unten drücken lässt, weswegen ich mal dieses Rohr dementsprechend reingebe, etwas nach unten drücke und dann kann wir das auch schon einfach zusammenstecken. Und die zweite Variante sehen wir meistens bei den Ecken. Da haben wir ebenfalls wieder so eine kleine Klammer in dem Rohr drinnen und natürlich auch das entsprechende Gegenstück. Deswegen das Ganze einfach mal zusammenschieben und dann sollte diese Klammer natürlich auch in dem Gegenstück drin sein. Natürlich das Ganze auch richtig rumhalten. Natürlich würde der Aufbau vom Dach mit zwei Personen besser funktionieren. Wenn ich das Ganze aber alleine machen muss, dann einfach mal dementsprechend mit der Mitte verbinden und am Ende kann ich das Dach auch bei meinen vier Eckteilen befestigen. Damit ich die Plane anschließend besser über mein Dach drüber bekomme, werde ich erst einmal nur jeweils einen Fuß an jeder Ecke anbringen. Noch als Tipp, falls es sich nervt, dass diese Rohre immer mal wieder auseinander gehen, dann am besten einfaches Klebeband zur Hand nehmen und wir können nämlich die zwei Rohre auch schon ganz einfach miteinander fixieren. Beim Dach müssen wir eigentlich nur darauf achten, dass diese Befestigungen hier natürlich nach innen zeigen, da wir das Ganze auch noch an unserem Gestänge später befestigen müssen. Und wir können es auch schon Schritt für Schritt aufziehen. Bei mir schaut es schon gut aus, die Ecken habe ich auch dementsprechend mal etwas hingezogen und nun müssen wir mal noch die Füße verlängern. Hierfür einfach das nächste Rohr mit diesen drei Löchern nach unten zeigen, erst einmal unsere Fußstütze da reingeben und wir können auch schon den Pavillon erhöhen. Zur Stabilisierung die Plane mal noch unten bei den Füßen dementsprechend einhaken. Und wir können im Inneren auch schon die Plane an unserem Gestänge mal noch befestigen. Der Pavillon steht, weswegen wir auch schon mal unsere Seitenwände an die gewünschte Stelle anbringen können und das Ganze wird auch wieder mit solchen Klettverschlüssen an unserem Gestänge montiert. Falls kaum Wind vorhanden ist, können wir gerne die mitgelieferten Herdinge verwenden. Hierfür diese einfach mal hier unten bei dem Fuß hineinschlagen. Und hier oben in der Schlaufe mal einen Knoten mit der Schnur machen. So, dass wir diese ebenfalls an den Herding hier unten binden können und circa im 45 Grad Winkel zum Pavillon einmal dementsprechend im Boden spannen können. Wenn aber doch etwas stärkerer Wind herrscht, werden diese kleinen Spielzeuge natürlich nicht herhalten und man muss etwas kreativ werden. Wir waren bisher immer recht erfolgreich, indem wir so einen Bewährungsstahl mal direkt neben die Füßen in den Boden geschlagen haben. Und den Fuß dann ganz einfach mit zwei solchen relativ starken Kabelbindern ordentlich fixiert haben. Falls bei dir daheim kein Erde bzw. Rasen darunter zu befestigen ist, dann können wir natürlich auch dementsprechend zum Beispiel solche Sandsäcke hier mal ordentlich füllen, dass diese einfach Gewicht haben und das Ganze hier halten oder auch einfach einen Eimer hier mit Sand, Stein oder natürlich auch Wasser und dann das Ganze irgendwie daran befestigen. Und somit haben wir jetzt auch schon so einen Pavillon richtig aufgebaut und natürlich auch richtig befestigt. Wenn du dir für zu Hause ein Pavillon, Bewährungseisen, stabile Kabelbinder oder auch solche Sandsäcke hier zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.